Die letzte Zeit war echt hart, aber hätte mir jemand gesagt, dass die nächsten Wochen noch härter werden, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Ah, hier soll es sein, ähm... Wenn I look at what I've done, now that we report, when I look at what I've won, I come so close. Was machst du denn hier? Mich wie im Gamescom, ich penn bei dir. Oh, sorry, seit ich arbeitslos bin, habe ich kein Zeitgefühl mehr. Ja, und keine Hosen oder was? Was machst du denn hier? Was, geht's denn hier? Das war's Paper ож Unit. Oh, ja Those days are long, I'm rockin' tall, while you're... Boah, Jungs! Endlich, ey! Eine mega geilste Dame ist, die wir uns ewig nicht gesehen haben. Ja, wie übertrieben, Mann. Ja, Jungs, nochmal das Normale halt. BKA versucht herauszufinden, wer ihre Seile wieder down gehauen hat. Mein Vater will unbedingt, dass ich Arzt werde. Boah, typisch, ey! Ja, und ansonsten leg ich halt noch in München, ne? Richtig öde. Was geht so bei dir, Micha? Oh, Junge, ey, ich bin seit kurzem arbeitslos. Mein Chef meinte, das, was ich gemacht habe, wäre unverantwortlich und Menschen hätten sterben können. Voll übertrieben, Alter. Alter, Micha, du bist mit nem Gabelstapler durch die Tür gefahren. Und das schon wieder! Boah, fuck! Scheiße! Okay, cool. Bill, was läuft so bei dir? Ach, keine Ahnung, das ganze YouTube-Geschäft läuft nicht mehr so. Weißt du, Junge hat das ganze Business kaputt gemacht. Jetzt habe ich mich auch noch mit dem gefetzt, Alter. Ich bin übelst ausgerastet. Okay, ja, stimmt. Da waren wir ja vor fünf Minuten. Ja. Ich bin der Kino. 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 Komm, men, lass dich mal. Ich habe einen Zweifel auf Juicy gesetzt. Komm, Juicy, auf die Fresse ein! Ich habe auch keinen Bock mehr auf diese YouTube-News momentan. Ich mache das alles so ein bisschen kaputt. Und ich will immer wieder was Kreatives machen, ein bisschen was von der Welt sehen. Du willst echt was von der Welt sehen? Ich habe da letztes was Endnices gefunden. Warte. Ah ja! Im Internet. Eine Schatzkarte. Eine Schatzkarte. Jetzt mal ohne Witz, warte. Kennt ihr nicht Forrest Femme? Ne. Das war so ein Antik-Kreatensammler in Amerika. Und mit 57 hat der Arzt-Team gesagt, hey, sie haben Krebs. Und darauf war er mega, mega down. Und dann dachte er sich so, hey, bevor ich abkratze, versteckt er einen Schatz in den Rocky Mountains. Und jetzt kommt's, der ist über 3 Millionen Dollar wert. Um den Schatz zu finden, musst du ein Gedicht lesen. Ohne Witz, ey. Ist das eine geile Geschichte, aber kannst du voll den Film draus machen. Hey, hey, hey. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann googelt doch den Schwan. Ja, mach mal. Ja, google mal. Wie heißt das, Forrest Femme war das? Ja, Forrest Femme. Jetzt kommt's noch, ne? Er hat noch einen weiteren Schatz versteckt, wovon keiner eine Ahnung hat. Hört sich schon geil an. Ja. Aber wo soll's eigentlich hingehen? Äh, an die Westküste der USA soll's hingehen. No way. Du denkst, da ist nichts Echtes dran oder so, ja? Noch einen Schatz zu verkramen würde jetzt auch keinen Sinn machen, oder? Es hört sich schon geil an und alles, aber ich hab irgendwie ein mega das ungute Gefühl. Ey, du bist so pessimistisch, Mann. Was geht denn mit dir? Das heißt pessimistisch, Alter. Außerdem das Ding ist, der Typ hat doch eh kein Geld. Jobcenter hat überwiesen. Bin dabei. Ah. Machen wir. Ja. Okay, ich bin dabei. Ja, ich auch. Wir trinken je das Bierfass aus. Oh, fuck. Mein Leben ist ein Haufen Scheiße. Quando Locke geht mit Dir rein. Phil, wo sind wir? Ich hab keine Ahnung. Wo ist meine Hose? Wir sind in Manchester. Paul? Logan Paul?